Los geht's. Los geht's. Also wirklich einfallsreicheste Algorithmus von dem Spiel nicht gerade. Ja, das ist irgendwie immer dasselbe. Also das haben wir jetzt auch schon. Das ist das Training. Klopp, 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 klopp. Alter. Alter. Habe ich erwähnt, dass ich das Spiel hoffe? Ich wollte es mal gesagt haben. Ich komme nicht, wenn wir jetzt... Der ist jetzt mal überstanden. Ja, ich dachte, ich könnte da hoch springen. Das war schon so ein Training hier. War einfach vor mir, der Kevin hier. Ich bin nicht weiß, dass ich stürze hinterher. Ich komme zu glauben. Ja, ist klar. Das Spiel wirklich. Ach, was will ich los? Ey, da mal die alten Moppa hier. Na, das wird schwierig werden. Die Punkt, die eure Züge so. Hoffentlich diesmal ohne... Nee, das wird mir sehr, da fehlt noch einer. Ah, das war's raus. Also erfolgreich ist es für mich bisher nicht. Einmal die zweite Runde, seit ich hier bin. Irgendwie. Ich habe noch nicht einmal die zweite Runde erreicht. Doch, das habe ich umgeschafft in der ersten Folge. Einer von euch noch mit dabei aus, haben wir ja. Ja, ich bin... Das ist eine Überraschung. Ey, Baby! Ich bin... Ich habe noch gekämpft und da reizt die Koppige... Drei Stück habe ich die ganze Testgattel zum Ziel. Ähnlich, jetzt hat könnte ich Autos reparieren, war geil. Habe ich zu fragen. Hältst du dann auch mal an oder willst du jetzt irgendwo? Drehst du das nicht bei dir auch noch so? Ja. Torhunger. Ah. Oh Gott. Morikus. Ich bin auf der anderen Seite, okay. Anstrengend. Ach. Das ist einmal hohem. Oh Gott. ich bin aus ja schade die waren es auch dabei oder was es ist noch irgendeiner drin Schuldigung, ich... Ah, ok. Natürlich bin ich in dem Team mit dem wenigsten Spion, ne? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bei mir schwebt Baby jetzt durch die Gegend, mit der Hände nach oben. Ja, die schwebt so, Hände und Körper gestreckt, sodass sie fallen würde. Ja, bei mir auch. Bei mir nicht, bei mir läuft sie. Gut, ich hatte ja auch damals das Problem mit dem Geldtransporter in... Ausgeschüttet. Der ist ja auch durch die Gegend geschwunden. Ja, die habe ich übrigens jetzt hochgeladen, die Folge. Ach Gott, die ist bei mir schon seit Ewigkeiten raus. Ich hatte ja meistens mal direkt einen Tag danach, äh, später gehe ich direkt hoch. Da können wir jetzt wieder rausgeben. Ja, ja, klar. So, dann gehe ich mal raus hier. Hey, Level 2. Alter. Jemand verletzt? Hm. So, auf geht's. Töne. 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 mal was anderes so läuft als dose durch die gegend nein ich dachte ich krieg das noch hin ich bin von dem dinge schön durch geschossen da zwei festteilen da komm ich wieder ja geil du bist doch nicht gegen geschossen von dem ding ja und am rand springt er nicht also ist doch so dämlich leute in meiner fresse ich kann gar nicht weiter ich hätte hier runter geschossen müssen geht es nicht mehr von nicht von den leuten dann von den komischen stangen da nein ich war darüber ja es war es aus wie der erste ich konnte noch mal erwähnen dass ich dieses spiel hatte ja wir müssen das euch zuliebe das ist ziemlich frustriert manchmal wieder einfach weil du einfach nicht weiterkommen soll du bist du gehst rüber zu der einen stange darüber geschossen für die zweite stange die heute stand irgendwo und ich habe sie nicht weiter und du sitzt jetzt du sitzt hier und guckst einfach nicht so ich kann nicht mehr weiter bis einmal drin bis einmal drin in dieser stange die schicht in die eine die andere noch mal weg haben wir ja nicht nicht großen alternative die jetzt ja gut weil halt nicht alle zum beispiel nicht alle alle spiele haben die wir uns ein bisschen auf sich zu geschrieben das habe ich nur gemacht weil es weil es kostenlos war ja ich hätte mich in jedem cent geärgert deswegen habe ich auch noch vorgeschlagen weil es eben kostenlos war aber trotzdem das wird ja so gehypt ich sage mal so der ansatz ist ja eigentlich ganz cool so ja das spielmechanik und so aber da sind halt noch sehr viele kleinigkeiten drin die man ändern müsste zum beispiel gerade eben bei der bei dem letzten spiel dabei dem bei den bei der letzten plattform darüber springen muss da müsste man zum beispiel eigentlich festhalten können und hochziehen sonst schaffst du manchmal den sprung einfach gar nicht ist nicht mal nicht machbar du kannst nicht gleichzeitig den springen so koordinieren dass du rüberkommst und darauf achten dass dieser kreisel dich nicht weghaut das ist das komplette neu ist ich ach ich bin da drin ach scheiße er hat das ist komplett neu so wie scheiße standrunde beendet ich schon erst klar Ende ich bin im menü das schlimmste ist aber dass die leute in dem spiel der meinung sind man muss auf einem fleck zusammen kleben damit man erfolgreich ist es ist so gescheuert wenn man im zweifel alle anderen rauter schießt schießt nein 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 bist du raus ja ja dann kann man rausgehen ja ich bin sofort bei das muss man ganz eben mit nein ich hab gerade kurz vor schreiten ich bin sofort da ja dann kann ich ja mal kurz auf die letzte gehen Ja. Ja. Vielen Dank.